Hallo, Abonnenten-Kanalbesucher! Wenn ihr euch wundert, warum meine Stimme etwas anders ist als sonst, ich teste gerade mal das neue Headset. Ich glaube, das ist vom Sound her nicht so gut wie das Standmikrofon, darum wird es wahrscheinlich dieses auch nicht ersetzen für den Let's Play und Video Sound und so. Nur eine ganz kurze Ankündigung, also ich bin aus der Gamescom, auch von der Gamescom zurück und eigentlich solltet ihr ja heute wieder Videos bekommen, aber ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich war die letzten Tage und Wochen so ein bisschen ausgebrannt, was das Playen angeht und darum nehme ich mir jetzt den Rest der Woche noch Let's Play frei sozusagen. Und vor allem zum anderen Morgen bin ich den ganzen Tag eh eingespannt, da ich da auf einer Veranstaltung von meinem Job bin und ich könnte also heute zwar Videos aufnehmen, aber die eh nicht rendern. Das heißt, das würde darauf hinauslaufen, dass ihr sowieso kein Video bekommen werdet. Nächste Woche geht es nochmal weiter mit Alice, Resonance of Fate und Darksiders und eventuell haben wir das mal wieder Sonic irgendwann. Vor allem, da ich jetzt gehört habe, dass sie Sonic CD für die Arcade machen und das möchte ich unbedingt mal spielen. Des Weiteren, ich kann auch nicht Freitag aufnehmen, würde ich euch noch eigentlich sagen, weil da kommt der Dom zu mir und wir nehmen einen Post-GC-Hado-Cast auf. Das heißt, der kommt nächste Woche vermutlich auch irgendwann und ich hoffe, ich kriege irgendwann dann jetzt noch am Wochenende dann die ganzen Video-Files, die ich von der GC mitgebracht habe zum Rennen und Schneiden. Also erwartet da kein Review der GC, sondern mehr so einen kleinen Vlog, dass ihr mal seht, was Brini eigentlich so macht, wenn er auf die GC und zum Campen geht. Das wird ziemlich random, wird vielleicht doch ganz lustig, werden wir sehen, vielleicht wird es komplett fremdschämen, das werden wir dann herausfinden gemeinsam. Ja, das war soweit alles. Wenn ich was vergessen habe, dann muss ich jetzt kurz nochmal nachdenken. Nein, ich glaube, das war es soweit. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und bevor ihr fragt, ich denke, es wird bestimmt die eine oder andere Frage kommen. Dieser RTL-Bericht, ja, er nervt mich auch, kann was machen, nein, aber damit soll für mich dieses Thema geklärt sein auf diesem Kanal. Okay, wenn ihr nicht wisst, wenn ich rede, drauf geschissen. Wir hören uns dann spätestens nächsten Montag. Bis denn, bye bye.